Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategien und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Distant Worlds 2. So, wir fangen mal an mit dem Pause-Modus. Ich habe jetzt gerade hier schon diese Flotte hier oben, was ist das? Die Nordmeer-Flotte hier nach Faltier Prime geschickt. Das muss ich mir ein bisschen Ordnung hier reinbringen, denn wir haben hier eine relativ kleine Flotte, aber trotzdem bewegt sie sich Richtung Faltier Prime. Wie sieht es weiterhin aus bei Byblos? Haben wir die 25. Strikeforce und die 2. Pazifik-Flotte. Die hat eine Stärke von 47.000. Das heißt, wir können... Was haben wir denn hier noch für... Oh ja. 12. Flotte, nicht übermäßig groß. Und hier ebenso. Aber da soll... Ah ja, Byblos 6. Da sind... Haben sie das wieder eingenommen? Aber das ist ja wohl noch, denke ich mal, hier unser System. Bei Garum. Darum würde ich sagen, wir sagen, der 2. Pazifik-Flotte, sie soll sich im selben System, Fleet Engagement Range im selben System, dann sollten sie sich da schon drum kümmern. Die 21. Flotte, was macht die gerade? 59.000. Die ist prinzipiell eigentlich frei. Ein Schiff ist leicht angeschlagen, aber das ist nicht weiter tragisch. Was haben wir hier für Flotten? 8.000. Hier in dem System ist einiges los. Wuhan dann. Das sind aber keine Planeten, die hier irgendwo... Was soll man sie denn machen? Ich setze mir die 21. Flotte darauf an. Und hier setzen wir ebenfalls auf dasselbe System. Sollte klappen. Dann die erste Inversionsflotte. Wo ist die? Auf dem Heimatplaneten. Die können wir eigentlich auch schon wieder in Stellung bringen. Lass uns die erste Inversionsflotte mal... Ich würde sagen, wir bewegen die mal hier hin. Können wir schauen, was passiert. Ich hebe die Pause mal auf. Und dann werden wir natürlich das Treiben uns genau beobachten hier bei Tugumenda. Dann hebt ihr bombardiert noch eine Stärke von 4.600. Da haben wir natürlich einiges hier. 26. Flotte. Die 28. Flotte und unsere 2. Inversionsflotte. Was macht die 28. Flotte eigentlich? Das ist jetzt noch auf Blockade. Und die 26. Greift jetzt hier die Bergbaustation an. Sollen neue Schiffe bauen. Machen wir. Die Fetsif Base in Rundern 2. Ebenfalls eine gute Idee. Und die Harkonisch wollen ein Handelsabkommen. Brauche ich nicht. Weitere Kreuzer sind hier aktiv. Wir werden den Planetenzimmer beobachten. 3300. Wie ist denn unsere Stärke an Truppen hier? Stärke 9.600. Ich würde sagen, wenn die auf 2.000 runter sind, können wir eigentlich die Version starten. Können wir das noch abwarten. 2.5 kann man machen. Die Mordteile haben an Krieg erklärt. Den Harkonisch. Dann geben wir jetzt der zweiten Inversionsflotte den Befehl Attack to Commander 10. Und in den Fleet Settings gehen wir auf When Clear. Da wird es auch wieder spannend, wann die den anfangen dann hier auch anzugreifen. Ja, sind schon am Boden. Ah, wir haben schon 10.000 Mann am Boden. Oh, boah, wie viele Panzereinheiten wir da haben. Ja, das ist also kein großes Problem. Schicken wir die 26. Flotte gleich schon mal direkt weiter auf den nächsten Planeten, auf Ephemira. Blockade. Ja, und unsere Bauaufträge werden automatisch ausgeführt. Da müssen, oder doch nicht, Stationen. Ne, die werden automatisch ausgeführt. Aber Schiffe muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Gut. Das kommt hier von der Flotte relativ klein. Tocomenda 10. Eingenommen. Sehr schön. Das war es aber nicht. Vor allem war das falsche System. Hier, Tocomenda. Weitere gibt es hier nicht. Dann werden wir mal die Blockade hier bei der 28. Flotte auflösen. Und denen sagen, sie sollen im selben System räubern, wenn was ist. Das ist gut. Und hier auf Tocomenda werden wir uns gleich ein paar Einheiten bauen. Robert Guard Force. Die Leute sind auch jetzt nicht unzufrieden. Dann können wir eigentlich unserer Inversionsflotte wieder sagen, sie sollen Truppen wieder einladen. Ja, die Sehnungswolle den Krieg beenden. Ich nach wie vor nicht. Wir beeilen uns jetzt. Wo hatten wir denn noch in einem System ein feindliches, eine feindliche Kolonie? War das hier? Ne. B-Plus nicht. Irgendwo war noch eine. Hier oben. Die müssen wir einnehmen. Jetzt haben wir den 25. Strike Force. Wo springen jetzt die Schiffe hin? Da hoch. Dann können wir eigentlich... Wo sind denn unsere Inversionsflotten? Die dritte. Die erste ist unterwegs. Die erste ist auch schon fast da. Na dann. Da kann man sie auch direkt nach Biblos verlegen. Tag Biblos 6. Wie viele Einheiten gibt es denn da? In welcher Stärke? 3.300. Weißt du was? Wir gehen da jetzt erstmal auf Bombardierung. Lokale läuft. Die 21. Flotte. Was haben wir für Befehle? Same System. Bin ich mal gespannt, ob sich die dann hier an die Ziele heranwagen. Beziehungsweise hingehen müsste eigentlich der Fall sein. Naja, die werden sich schon darüber bewegen. Gut. Neuer Schlachtschiffbau abgeschlossen. Wie sieht es jetzt bei Tugumender aus? Tugumender 10. Beziehungsweise wie sieht es mit unserer Flotte hier aus? 26. Flotte. Die andere Flotte habe ich die schon weitergeschickt. Bin ich bloß ein bisschen überrascht, weil es müsste eigentlich auch noch die Inversionsflotte hier sein. Wo ist sie denn? Da zweite Inversionsflotte. 270.000 Mann. Die bewegen wir jetzt 4 hin. Deck imprimieren wir 3. 4900 Stärke. Ne, wisst ihr was? Auch hier gehe ich jetzt auf Nummer sicher. Ne, wir probieren es nochmal. Wir haben Attack und Invade Colonies when clear. Können wir eigentlich die 26. Flotte so lange bombardieren lassen. Unsere Schreitkräfte erobern, äh bombardieren, äh 4 Rima 3, okay. Wieder ein paar Gravelex die angreifen. Hatte ich jetzt die Inversionsflotte auf P-Plus gelegt? Eigentlich schon, ja. Wo ist sie denn? Ah, hier unten. So, viel ist jetzt nicht mehr übrig von den Sinox, aber die Kriegsmüdigkeit schlägt es doch ein bisschen zu. Ja, die feindliche Flotte hier wird keine Chance haben. 43. Defense Force ist unterwegs. Unterwegs, wohin? Neue Kolonie im Sandy Desert Planet Pismin Bin 2, im Pismin Bin System. Muss ich jetzt nicht schauen, was da passiert. Und die dritte Inversionsflotte hat hier eine gegnerische Verteidigungsflotte. Ja, springt weg. Vielleicht sollten wir die dritte Inversionsflotte mal wieder auf automatisch stellen. Immer gespannt. Ich bin gespannt. Die 28. Flotte. Die werden sich schon kümmern um dieses System. bombardieren können aufhören blockade ephemera und die zweite invasionsflotte setzen jetzt tatsächlich auf und klären gut kann man ein bisschen laufen lassen kann man jetzt hier der menschen zu schauen von bombardieren 3300 da sind sie bonbon jäger gehen auch schon raus die grafik ist natürlich echt nicht spektakulär aber ich finde sehr zweckmäßig und ich habe trotzdem irgendwie das gefühl haben also ich fühle mich hier schon ganz gut ganz gut reinversetzt in diese flotten kämpfe sieht dann doch besser aus als als gedacht zwar zwang die bombardierungen an wir müssten genügend truppen dabei haben oder das soll ich mal ein hot gear auf die invasionsflotte 1 gelegt 245.000 mann und die schweren schiffe kommen erst noch die truppentransporte sind wirklich echt groß ja trotzdem ein bisschen bombardieren hier das sind die riesige truppen und das sind noch nicht mal die größten glaube ich wir müssten noch größere haben so ich denke wir können den befehl jetzt erteilen attack und auf one clear gehen schauen wir mal wie lange es dauert sind schon an bord sind schon unten noch eine etwas wenig landungstruppen gerade 127 es dringend ein paar nachkommen soll jetzt jetzt kommt jetzt kommen die streitkräfte an auf dem planeten das werden wir schaffen ist kein problem incoming fleet detected schauen wir mal nichts was uns gefährlich werden sollte oder dürfte was ist denn eigentlich mit unserer inversionsflotte rand obelisk die kea investigate ja machen wir das mal die texte lesen wir nicht mehr ganz durch experimental planetary bombardment weapon sehr gut dismiss da sehe ich gerade ich habe gerade genügend bargeld um wieder forschungen anzuschließen die werden bereits gemacht mit advanced mining research fleet targeting advanced fleet deep space arrays multi team exploration vielleicht müssen wir bei waffensystemen auch mal wieder nachlegen unlimited trade und mit cargo systems jetzt mal hier in die in die breite und auch bei waffensystem ist mal wieder nachlegen superior interceptors swarming assault parts kann man sich ja ganz gut vorstellen was es ist dementsprechend haben jetzt genügend geforscht und 100.000 dafür ausgegeben nicht schlecht so ah die zweite inversionsflotte ist jetzt endlich unterwegs hat auch lange genug gedauert wie bloß 6 erobert würde ich nämlich auch sagen wir gehen direkt wieder sammeln die truppen ein hier ist es was haben wir denn hier noch escape from here mittleren frachter drei vier infanterie divisionen und die inversionsflotte darf gleich wieder truppen einladen das ist das der flotte waren der feindliche so die heißt mit angegriffen der ratings war Korrelier Mining Station wird angegriffen von einem Träger der Hive. Wie stark ist denn der? 12.000. Da werden wir uns jetzt doch mal irgendwann drum kümmern. Tatsächlich sind die jetzt, machen wir mal Pause. Tatsächlich sind die jetzt hier direkt in meinem Sternensystem unterwegs. Ich denke, wir sollten da mal eine Flotte hinschicken. Das ist nur die Frage, wen und was. Die Nordmeer Flotte. Wie stark sind denn die hier beschäftigt? Die räumen wir in dem System noch auf. Na, wisst du was. Wir nehmen die Nordmeer Flotte mit 29.000 und verlegen die jetzt rüber. Wo war das in welchem System? Im Korrelier System. Sollen Sie sich da hinbewegen? Machen Sie das? Ja. Dann hoffe ich, dass die Flotte da ausreicht für diesen Zweck. Haben wir in dem System noch weitere? Nee. So, hier auf dem Planeten ist auch... Ah, die sind eh recht schwach. Da können wir dann mit unserer... War das die erste, oder? Die Flotte ist unterwegs. Die Flotte ist unterwegs. Die Flotte ist unterwegs. Eigenartig, dass die so langsam sind. Können wir eigentlich direkt weitermachen. Aber hier oben wollten wir sowieso mal wieder für unseren Planeten zurückholen. Und dann setzen wir hier Blockade, Agama 1. Und dann brauchen wir noch eine Inversionsflotte dafür. Die erste Inversionsflotte. Ah, die ist noch nicht aufgeladen. Sind gerade in Kämpfe verwickelt. Was haben wir denn hier für ein Schiff? Ein Kreuzer. Ja, der Flugzeuger der Hive greift jetzt hier auch unsere Passagierschiffe an. Da sorgen wir jetzt für Ruhe. Ich hoffe, dass die Nordmeerflotte dafür ausreicht. Hier ist sie. Und die erste Inversionsflotte. Ja, die soll jetzt mal Truppenladen, Kruzinesen. Low Troops. Ja, dauert eine Zeit lang. Ich bin bloß viel zu ungeduldig. Mama scheint die Zeit zu rasen. Jetzt gerade eben geht mir alles ein bisschen zu langsam. Was natürlich schmarrn ist. Es tut sich ja überall an allen Ecken was. Ah, unsere Inversionsflotte ist auch da. Denen, denke ich, haben wir den Befehl gegeben. Invade Colonies when clear. Das werden sie dann wohl machen. Und dann springen wir gleich mit einer weiteren Flotte ein System weiter. Die dritte Inversionsflotte hat wie viel? 70.000. Ah, ne, die sollen sich mal wieder in Ruhe zurückziehen. Auftanken. Die ist auch stark. Die schickt man weiter. Nach Vorallis. Lokale. In dem System räumen wir auf. Ich weiß, es ist wenig effektiv. Ja, effektiv schon, aber es ist wenig effizient, dass ich hier die feindliche Institutionen auch vernichte. Bei mir ist das jetzt gerade ein wenig zu viel Detailarbeit. Vierte Inversionsflotte. Ich sollte mir jetzt anfangen aufzuschreiben, was ich mache mit den einzelnen Flotten. 195.000 Mann. Warum sind denn die hier in dem System? Es sollte aber ausreichen, dass wir hier bei Agama das System hier einnehmen. Ja. Attack Agama 1. Eine weitere Flotte ist ja quasi unterwegs gerade eben. Demortial Nations Invade and Take Over the Desert Savannah Colony. Garn Drive the Garn System. Teil des Linos. Eine weitere Kolonie. Ephemira 3. Können wir eigentlich direkt die Flotte, wie sieht es denn aus? Bevölkerung. Mein Gott ist unhappy, aber jetzt nicht allzu unzufrieden. Würde ich sagen, laden wir die Truppen wieder ein. Hier bauen wir mal ein paar Garnisonen. So, das Ganze geht jetzt auf alle Fälle schon mal deutlich schneller als in den letzten Folgen. Da habe ich jetzt doch ziemlich rumgeeiert. Heute ist alles ein bisschen konzentriert. Es gibt auch immer so Tage, wo man einfach vielleicht nicht so konzentriert ist. Die Ostseeflotte. Die Ostseeflotte darf nach... Was ist denn das hier so? Egal. So umrandet, wollte ich sagen. Moment, den gehört ja ganz genau anders. Den Harkonisch hier. Deswegen sah das so anders aus. Gehört den Harkonisch. Das ist natürlich saublöd. Spaltet unser Reich dann auf. Dann gehen wir nach Proxima-Di-Bal. Gehört ebenfalls in Harkonisch. Boah, hier leben sogar Menschen. Dann nehmen wir den. Dritte Ostseeflotte. Blockade. Unser Träger wird angegriffen. Wie sieht es denn eigentlich hier unten aus? Ist unser Flotter schon angekommen? Nein, noch nicht. Okay. Sieht es mal aus, mit unserer Inversionsflotte. 245.000 Mann. Dann werden wir gleich den Planeten hier einnehmen. Attack. Oh, die haben aber viel. Ist da was? Da gehen wir dann noch nicht auf Attack. Wir gehen hier auf Bombard. Die Sinox wollen den Krieg endlich beenden. Ja, ich auch. Aber auf eine andere Art und Weise, als sie das vielleicht wollen. Was haben wir hier für ein Schiff? Ein Kreuzer. Hier ist mein Gefecht mit der Defense Force. Was haben wir denn hier für ein Schiff? Kreuzer ebenfalls. Hülle, wo es noch 9%. Ein, zwei durchdringende Treffer und das Schiff ist weg. Da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wie viele feindliche Frachter hier unterwegs sind. 14. Inversionsflotte. Aber wir haben unsere 28. Flotte drin. Da droht also keine Gefahr. Und hier wird sich ebenfalls schon gekümmert. Sitzen da Einheiten drin. Tatsächlich. Es ist lustig, dass man es hier nicht erkennen kann. Aber hier haben wir Bevölkerung und hier drüben ebenfalls. Habe ich da irgendwas verpasst? Sind die nicht mehr eingeschaltet? Extended Badges. Basic. Hat er mich schon gewundert, dass ich manchmal Planeten hier einfach nicht wirklich entdecke. So, den Planeten werden wir jetzt längere Zeit bombardieren müssen. Das Kampfschlecke 6500. Und das System werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger kämpfen. Ja, dann würde ich sagen, passt es doch eigentlich jetzt ganz gut für diese Folge. Beenden wir das hier. Und in der nächsten Folge denke ich, werden wir das Planetensystem auch noch einnehmen. Eventuell schafft man es sogar, die Xinox hier von der Karte zu tilgen. Und dann haben wir nochmal ein Xinox. Xinox Kingdom, glaube ich. Vielleicht geht es gleich weiter. Haben wir eine ganz gute Erfahrung jetzt gegen die Rasse gemacht. Spaceports werden gebaut. Kann man gleich veranschlagen hier. Und nochmal Schiffe. Kann auch nicht schaden. Damit beenden wir die Folge. Ich wünsche euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfitts euch. Servus. 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 Servus.